Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft in der Berggegend, wo wir hier unter dem Schatten dieses gigantischen Berges stehen, den ich so abgefahren geil finde. Boah, das ist eine Residenz. Normal musst du dir so eine geile Wendeltreppe da hochbauen. Aber ich habe irgendwie Schiss, wenn ich da mit so einer Wendeltreppe baue, dass ich jedes Mal runterfliege. Der ist besser als... die sieht so cool aus. Ich würde auch gerne hochgehen, aber das kostet uns wieder so viel Zeit. Machen wir einfach mal noch eine Runde weiter. Wir laufen einfach mal noch grob die Richtung und schauen uns einfach mal noch an, was wir noch so finden können. Wir erfümpfen mal. Oh Leute, das ist doch schon wieder unser Biom. Da sind wir doch gerade hergekommen. Hä, muss das einer verstehen? Ist das etwa noch dasselbe Biom? Oh, alter, cool. Guck mal, der Lavasee. Na, 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 nicht so tief. Hm. Da fackeln schon welche wieder. Eine richtig coole Welt haben wir hier irgendwie erwischt. Und dabei habe ich noch nicht mal viel gesehen. Die Sonne geht gerade unter und wir sind des Nachtens jetzt am, äh, umhererkunden. Und diese Geräusche haben ja auch irgendeine Bedeutung. Ich weiß nicht genau welche. Und ich finde diese Tintenfische total eklig. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, bestimmt. Ich bin ja eh immer so äther... Schneeball? Ein Schneeball? Schneeball? Oh. Hallo, Schneeballschlacht. Warte, da muss ich gerade mal was testen. Wie kann man die Lava am besten bekämpfen? Mit Schnee, natürlich. Ja, frisst das Lava. Der Effekt blieb aus. Schippe? Ich wollte ein bisschen Sand noch mitnehmen. Einmal Lava nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Oh. Sie haben mich hier schon wieder ertrunken. Kommt das Wasser dann hier, ne? Das Wasser kommt. So. Was machen wir jetzt hier eigentlich? Alter, das ist so krass mit den Bergen. Die sind so schön. Oh, guck mal. Guck dir das an. Lava und Wasser nebeneinander. Wie schön ist das denn? Wunderschön. Ne, aber ich meine, das sieht doch cool aus. Da gehen wir gerade mal rüber. Ich schöpfe mir hier mal was ab. Hallo Lava. Danke. Für deine großzügige Spende. Wie hast du gern gemacht? Och, das freut mich. Dankeschön, Lava. Was immer mein guter Freund. Außer wenn ich in dich reinfalle. Dann hasse ich dich wie die Pest. So, und hier, hier zu rechten, liebe Kinder, sehen wir die sogenannten Bergschweine. Sie leben vornehmlich auf Bergen. Darum heißen sie auch so. Und ein Bergschwein hat eine ganz bestimmte Eigenschaft. Wenn du es mit einer Diamantspitzachst haust, wird es wild. Wild, guck mal. Geht richtig ab. Das ist nämlich eine Droge. Der reagiert darauf nämlich allergisch. Guck mal. Sollen wir nochmal schauen? Guck mal. Oh. Ja, das war ein anaphylaktischer Schock. Der ist... Jetzt mach Ruhe, Spinne. So allergisch dagegen. Oh. Oh, Alter, Alter. Bei euch geht es ja auch gut, oder? Einfach so. Mich hier zu attackieren. Wir essen. Oh, wir haben unsere Essen hier. Hi, Schwein. Ich esse vor dir eine Kuh. Willst du auch mal probieren? Bäh. Ich glaube, Schweine, die sind doch so krass drauf. Die essen so am Ende noch sogar noch Kühe oder so. Moment. Oh, je. Oh, hey. Minecraft macht mich so fertig, du. Du kannst einfach gar nicht hinterher mit dem Erkunden. Nimm ein bisschen Kohle mit. Wollten wir ja eigentlich nur mal hier diese... Das sieht cool aus. Da muss irgendein Schwein verreckt sein. Ein Schwein. Du Dreckschwein. Sonst liegt doch da nicht Lava rum. Äh. Schweinefleisch. Wahrscheinlich mal ein Schwein mal ein bisschen schnüffeln gegangen an der Lava und vielleicht auch mal ein bisschen abgenascht. Hallo, du. Fetz. So viel Schaden macht der gar nicht irgendwie, habe ich so den Eindruck, mit Steinen. Ist gar nicht so schlimm. Dreckscreeper, du. Guck mal, der liegt sogar auf dem Bäumenschnee. Das ist ja cool. Ich nehme uns mal gerade ein bisschen Holz mit an der Stelle. Auch mal eine gute Idee, das Feuerzeug hier mal auszuprobieren. Das werden wir jetzt mal ausprobieren an dem Baum. Gib mir den Baum. Gib mir das Feuerzeug. Und klick. Bitte schön, Flamme. Du darfst groß und stark werden. Cool. Ich finde das geil. Dann können wir endlich mal diese lästigen... Das lästige Geäst loswerden. Oh, noch so ein krasser Berg. Voll in den Bergebiomen sind wir hin. Jetzt sind wir wieder am Norden am Lauf. Ach. Das ist doch unser Berg. Oh, noch so ein krasser Berg. Ja, er hält die raus, Alter. Nee, hier ist ja unsere Marschrichtung. Wir laufen mal noch ein bisschen die Richtung runter. Noch mehr Bergkühe. Bergschweine. Es sieht alles ziemlich gleich aus, ne? Ach ja, genau. Da drüben wollten wir ja hin. Ich höre schon wieder spinnig, spinn, spinn. Und Arsch. Und die freundliche Musik sagt Hallo in unserer dunkelsten Stunde. Naja. Aber irgendwie denke ich nicht, dass wir in einem anderen Biom sind. Oder wir sind hier irgendwie im Kreis gelaufen. Aber das kann nicht sein, weil ich bin nur in eine einzige Richtung gegangen. In eine einzige Richtung bin ich gegangen. Wir gehen mal die Richtung weiter. Hier haben wir uns ja gerade den Sand abgebaut. Ohne den Kompass, du, ich sag dir, da wäre ich total aufgeschmissen. Und den Kompass würde ich wahrscheinlich gar nicht vorankommen. Immer noch im Kreis. Ja, danke Zombie. Wir haben es schon vernommen. Du bist... Ach, das ist so ein Halloween-Ding, oder? Oh, das ist so lustig. Mann, ich mag das nicht. Immer diese Halloween-Sachen. Weiß ich, kennt ihr das? Das hat es vor vielen Jahren noch... Also vor vielen Jahren. Vor einigen Jahren noch gar nicht gegeben. Als ich noch klein war, da haben die das nicht... Weißt du, als ich noch jung war, da haben die das nicht gefeiert. Das ist ja das komische Fest. Von die Amerikaner. Kennst du die Amerikaner? Amerikaner. Nee, aber irgendwie... Boah, geil. Irgendwie wird alles kopiert. Hm, Zuckerrohr. Zuckerrohr. Zwei. Was ist denn hier los? Ist das ein Dorf? Von euch habe ich doch auch schon gelesen in meinem schlauen Minecraft-Buch. Was? Zuckerrohr, ja. Moment. Die Kürbisse kann mir mal gestohlen bleiben, hier Halloween. Und sie selber Süßigkeiten einschenken. Immer diese bettelnden Kinder. Wenn ihr kein Geld für Süßigkeiten habt, dann macht doch... Geht doch... Macht es doch so wie die ehrlichen Chinesen. Macht doch mal Kinderarbeit. Was ist denn das? Die sehen ja auch eine... Wie siehst du denn aus? Warum siehst du anders aus? Egal, ich töte euch alle. Was kackt ihr denn da aus? Moorüben? Warum kackt ihr Moorüben? Kann mir jetzt mal einer erklären, warum die da gerade bitte Moorüben ausgekackt haben? Verrotte, das Fleisch will ich nicht. Wo sind die Moorüben? Hallo? Menschen dieses Dorfes, seid gewarnt. Ich bin Heldiros und ich komme... Ich komme... Mitte dem Schwert. Ich bringe euch das Schwert. Nein, ich bringe euch... Ich bringe euch... Ganz kleinen Moment. Ich bringe euch die Lava. Oh. Nehmt sie. Guckt der uns so komisch an. Ich glaube, ich bringe den besseres Schwert, oder? Oh, Lava ist viel tödlicher. Da kann ich... Hey, sollen wir was machen? Ich habe die Idee. Ich habe wohl keine Idee. Ich glaube, wir kippen einfach über das Haus von dem Häuptling hier. Geh mal weg, Creeper. Oh, komm, jagd dich in die Luft. Ich mag die Dorfbewohner. Ich kriege mich aus. Pam. Hier, das halte ich von eurem Kackdorf. Ich zeige euch, was ich von eurem Dorf halte. Willst du sehen, was ich von eurem Dorf halte? Wo wohnt euer Chef? Ihr seid behindert. Ganz ehrlich. Wo wohnt euer Chef? Da oben das Ding. Da muss er drin wohnen. Da wohnt dem Chef seine Frau. Die hat mir damals einen Korb gegeben, als ich mit ihr ausgehen wollte. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Mach mal weg hier. Entschuldigung. Ist der nackig? Entschuldigung, das wollte ich gar nicht sehen. Das wollte ich gar nicht sehen. Haben mich gerade mal unsere Dorfbewohnerfreunde hier in der Privatsphäre gestört. Zeig dir auch gleich, was ich von deiner Privatsphäre halte, Kollege. Guck mal. Oh, das wird jetzt richtig mies. Oh, das wird so geil mies. Da. Ja. Uhuhu. Au. Oh, da werden sie sich bestimmt bei mir rächen. Was passiert jetzt? Das fackelt doch alles ab. Hör mal auf, Bogenschütz. Ich genieße hier gerade. Hallo. Der kotzt mich an. Boah. Das hat mich jetzt fast das Leben gekostet. Na? Gefällt es euch? Ist doch auch mal was Schönes. Ein Holzhaus so, oder? Was sagst du denn? Guckst du es dir an? Schön, ne? Ist doch schön. Hallo, was kann ich mit dir machen? Papier für Diamant. Fürs Maragd. Ich will das Papier haben. Gib mir das Papier, du Hund. Und guckst. Hey, das war doch einer so. Der sieht genauso aus wie diese Zombies. Hallo. Findet ihr das schön? Guck mal. Da hat er. Hey, ruf die Feuerwehr. Irgendwer hat hier Lava ausgekippt. Was geht denn hier eigentlich ab? Löscht doch das Feuer. Mit dem Eimer Wasser. Hier, guck. Ich zeige euch, wie es geht. Boah, Dreck. Jetzt brennt hier der ganze Schuppen. Ruf mal den Drachen an. Der Feuerwehrmann werden will. Ruf alle an. Ruf die Frau Merkel an. Oh. Das war ein Unfall. Dafür bin ich nicht zur Verantwortung zu ziehen. Hallo. Ich war es nicht. Schau, ich versuche sogar zu helfen. Ich versuche zu helfen. Ich helfe. Ich habe geholfen. Guckst du. Siehst du? Siehst du? Boah. Ich helfe euch. Ich habe euch ganz doll lieb. Gib mir den Wasser her, den Schrott. Was seid ihr denn für... Was seid ihr denn... Was hast du denn für eine Nase? Iiih. So. Die. Nun, ich habe keine Zeit für deine Nase. Denn dieses Dorf hat... Äh... Ist in einem schweren Notstand. Man nennt es den Feuernotstand. Notstand 2.0. Man muss hier höllisch aufpassen. Also die Bude vom Chef hier sieht nicht mehr so gesund aus, oder? Boah, krass. Komm mal. Oh, ho, 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 ho. Müssen wir gerade mal hier F12 drücken. Screenshot-Testchen. Oh, ho, 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 ho. Wasser. Wasser am Arsch. Oh, cool. Wir fließen mit dem Wasser mit. Als dann, Leute. Ich verlasse euer Dorf, wie ich kam. Würdevoll. So. Und sag deiner Frau, wenn sie mich nochmal abblitzen lässt, dann komme ich hier wieder. Gib mal her. Sind hier auch schon so blöde Kürbisse. Hier Max und Moritz haben auch immer Streicher gespielt und die waren auch cool, ja? Also wenn du jetzt gesagt hast, das waren das jetzt nicht so gute, ähm, gut, stimmt. Es war nicht wirklich die, ey, feine Englische. Was ist hier los? Vielleicht können wir hier noch ein bisschen helfen. Da. Boah! Wow, wow! Das hat mir irgendwie, irgendwie nicht wirklich viel geholfen. Egal. Ich lasse mal euch und euer... Ja, euer kleines Lava-Problem lasse ich mal in Ruhe. So, und wir laufen einfach weiter. Als wäre nichts gewesen, gehen wir einfach auf unsere Abenteuer-Schippe. Genau. So rum. Laufen wir einfach mal weiter die Richtung. Das ist ja unsere Marschrichtung gewesen. Ziemlich cool. Das ist mit dem Dorf. Ja, sollte nur ein kleiner Scherz sein. Hat wahrscheinlich zwei, drei Leuten das Leben gekostet. Aber hey. Spaß muss sein. Ja. Ja, Spaß muss sein natürlich. Dafür sind sie wenigstens witzig gestorben. Das ist doch ein guter Trost, oder? Gibt ja auch so Leute, die sich angeblich, ich hab's zwar noch nie gesehen, aber es gibt ja auch so Leute, die sich irgendwie so Witze auf dem Grabstein machen lassen, ne? Soll's ja geben. Hallo, Zombie-Hase, bist du irre? Du bist voller Blut? Blut rünstig? Du erinnerst mich an den Hasen von Die Ritter der Kokosnuss. Wer das kennt? Der irre kleine Hase, der sie alle umbringt. So siehst du auch aus. Gehen wir mal den Berg hoch hier. Erklimmung. Erklommen. Und hier sind wieder winterliche Gefilde. Oh je. Und die Minecraft-Welt ist ja enorm groß. Enorm. Also ich habe gelesen, es gibt drei Tempel. Oder drei von diesen komischen Tempeln, wo ein Portal ist, mit dem man zum Ender-Drachen kann. Der hier so der Mega-Boss angeblich ist. Der Ultra-Boss. Obwohl ich ja der Ultra-Boss bin mit meinem Diamantschwert. Der Hase? Hase! Hüpf! Hüpf, Hase! Du bist klein. Du kriegst keinen Punch. Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Ich frage mich gerade, wie zur Hölle soll man den finden? Die Minecraft-Welt ist doch so abartig groß. Da findest du es doch nie. Klick, 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 Klick. Schwarze Wolle, Klick. Ach, brauchen wir nicht. Hast dich umsonst nackig gemacht. War aber nett von dir. Nee, ist echt. Es war auch ein feiner Zug, so. Guck mal, hier gibt es alles. Hühner. Kühe, Klick. Und Schafi. Klick. So. Fleisch rein. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt noch diese Marschrichtung so gehen werden. Schrägstrich können. Denn, ähm, ja, wir haben gar nicht unendlich Essen irgendwie auch. Wir müssen schon irgendwann mal so. Eigentlich wollte ich ja ein neues Biom finden. Weiß gar nicht, ob das jetzt hier auch krass. Schafsarmee. Komm, die grasen wir hier noch ab. Und, äh, mit der Entkleidung der Schafe machen wir dann sozusagen in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Mach's gut. Und, äh, mit der, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020